Wer die Lehre schaut Einstmals weilte der Erhabene in Rajagaha im Veluvana am Kalanda Kanivapa. Damals nun lag der ehrwürdige Vakali im Hause eines Töpfers krank, leidend, schwer krank. Da begab sich der Erhabene zum ehrwürdigen Vakali. Und es sah der ehrwürdige Vakali den Erhabenen von Weitem herankommen. Als er seiner ansichtig geworden war, richtete er sich auf dem Bett zurecht. Damals sprach der Erhabene, genug Vakali, richte dich nicht auf dem Bett zurecht. Hier sind diese Sitze bereit, da werde ich mich niederlassen. Und es ließ sich der Erhabene auf dem zubereiteten Sitz nieder. Dann nun sprach er, geht es dir, Vakali, erträglich, geht es dir leidlich, nehmen die schmerzhaften Empfindungen ab und nicht zu? Ist eine Abnahme zu bemerken, keine Zunahme? Nicht, o Herr, geht es mir erträglich, nicht geht es mir leidlich. Die schmerzhaften Krankheitsempfindungen nehmen zu, nicht ab. Eine Zunahme ist zu bemerken, keine Abnahme. Hast du auch nicht, Vakali, irgendeinen Zweifel, irgendein Bedenken? In der Tat, o Herr, habe ich viel Bedenken. Hast du auch nicht, Vakali, in Bezug auf die Zucht, dir selber Vorwürfe zu machen? Nicht, o Herr, habe ich in Bezug auf die Zucht, mir selber Vorwürfe zu machen. Wenn du, Vakali, in Bezug auf die Zucht, dir selber keine Vorwürfe zu machen hast, was für einen Zweifel, was für ein Bedenken hast du dann? Seit langem, o Herr, sehne ich mich, den Erhabenen aufzusuchen. Aber ich habe nicht so viel Kraft in meinem Körper, dass ich den Erhabenen aufsuchen könnte. Genug, Vakali. Was soll's mit solch übler Ansicht? Wer da die Leere schaut, der schaut mich. Wer mich schaut, der schaut die Leere. Die Leere schauend, Vakali, schaut er mich. Mich schauend, schaut er die Leere. Was meinst du wohl, Vakali? Ist das Körperliche unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr, sind die Empfindung, die Wahrnehmung, die Unterscheidungen, das Bewusstsein unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidvoll oder freudvoll? Leidvoll, o Herr. Was aber vergänglich, leidvoll, wandelbar ist, darf man das richtigerweise so betrachten? Das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Nein, o Herr, daher, Vakali, was auch immer es an Körperlichem, an Empfindung, an Wahrnehmung, an Unterscheidungen, an Bewusstsein geben mag, Vergangenes, Zukünftiges, Gegenwärtiges, Inneres und Äußeres, Grobes und Feines, Gemeines und Edles, Fernes oder Nahes. Alles Körperliche, alle Empfindung, alle Wahrnehmung, alles Unterscheidungsvermögen, alles Bewusstsein ist ebenso wirklichkeitsgemäß mit vollendeter Weisheit anzusehen. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Wenn er so durchschaut, Vakali, wird der wohlbelehrte Hörer des Edlen, des Körperlichen überdrüssig, wird der Empfindung überdrüssig, wird der Wahrnehmung überdrüssig, wird der Unterscheidungen überdrüssig, wird des Bewusstseins überdrüssig, überdrüssig wird er entsüchtet, durch die Entsüchtung wird er frei. Im Befreiten ist das Wissen vom Befreitsein. Vernichtet ist Geburt, ausgelebt das Reinheitsleben, vollbracht die Aufgabe nichts weiteres nach diesem Hier, so erkennt er. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017